Ja, ist eine solide Box, sagen wir es mal so. Hallihalloah Löhle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daske und irgendwie habe ich ein Haar am Gesicht. Und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich war drei Wochen lang weg gefühlt, vier Wochen, und kann keine Anmoderation mehr. Okay, ihr shoppt die neue Pinkbox für euch. Die Pinkbox erscheint monatlich und ihr wisst, ich bin noch nicht so ganz warm geworden und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr warm, denn ich habe die jetzt noch August, September, Oktober, drei, vier Monate und dann wird sie demoniert werden, weil ich irgendwie nicht so gehypt bin. Tropic like it's hot. Okay, ja, sommerliches Motto ist, glaube ich, klar. Wir haben immer ein digitales Leaflet, das finde ich sehr schön. Ich scanne schon mal und dann lese ich aber einmal, was hier schön steht. So, hey Sweetheart, let your skin taste the tropics. Nicht nur wir haben Fernweh, du sicherlich auch. Stell dir vor, wie die warme Sonne deine Haut wärmt, der feine Sand unter deinen Füßen kitzelt und salzige Wassertropfen auf dein Gesicht spritzen. Ich mag kein Salzwasser. Eine schöne Vorstellung, ja, ohne Salzwasser tatsächlich. Doch keine Sorge, du musst nicht nur von diesen schönen Momenten träumen, because we tropic like it's hot. Die neue Pinkbox, tropic like it's hot, versorgt dich mit Hair- und Beauty-Produkten, die das Fernweh vertreiben und gute Laune versprühen. Fühle dich, als würdest du an tropischen Stränden eine Kokosnuss schlürfen. Okay, ja, gut, Stränden würde auch passen. In einer Hängematte am Strand zwischen Palmen liegen und das Leben genießen. Yes, Sweetie. Neulich geworden und dann scanne den Code. So, das habe ich schon gemacht, das muss ich jetzt noch einmal öffnen, da ist es. Und das ist der erste Blick in die Box. Mein großer Kritikpunkt bei der Pinkbox ist immer so ein bisschen, mir fehlt so dieses Specialige. Sie kostet, ich habe sie im Jahresabo, 13,45 Euro. Preisleistung ist immer okay, wir kriegen immer mehr raus. Aber mich halbt sie halt nicht so richtig. So, das erste, was wir hier haben, ist von St. Moritz Self-Tan Lux-Tan Tonic Drops. Ja, also selbst Bräuner Drops in einer kleinen Größe. Ich gucke mir mal kurz das Fläschchen an. Ja, also so sieht das Fläschchen aus. Ganz einfach. Ich glaube, ich habe von St. Moritz sogar eine große Größe da. Ne, ich habe von was anderen die große Größe da. Mal gucken, vielleicht probiere ich es auch aus. Ich habe das Selbstbräunungsmoos in Transparent einige Zeit lang ausprobiert und habe so unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, weil einerseits hat es, wenn es funktioniert hat, ein richtig schönes, gleichmäßiges Bräunungsergebnis gemacht, was total natürlich für meine Haut war. Und ich sah aus, als wäre ich zwei Wochen im Urlaub gewesen und hätte wirklich zwei Wochen am Strand gelegen. Andererseits hat es manchmal auch gefühlt gar nichts gebracht. Also ich habe es großzügig aufgetragen, ich habe es großzügig einwirken lassen und es war nichts da. Und das ist ein Problem, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem bei Selbstbräunungssachen, ist tatsächlich dann auch noch mit der Zeit, wenn das dann quasi, das verblässt ja nicht, sondern es liegt ja auf der Haut drauf und es krümelt dann so runter und dann habt ihr so... Gut, wir gucken mal. Da sind sie. So, ja, also eine kleine Größe, die aus Original wären 30 Milliliter. Ich bin wirklich mal überlegen. Aha, ein von zwei Tanning-Produkten in deiner Bau. Ah ja, ich bin nämlich der Meinung, ich habe diese große Größe, die habe ich nämlich da. Und ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht, dass ich die kleine Größe habe, weil die große Größe kostet 10,50 Euro Milliliter. Aber das ist, glaube ich, für Gesicht und Körper. Und wofür ist das? Die Haut aufpolstern. Feine Linien glätten, Rötungen werden reduziert, Gesicht erhält einen natürlich Sonnenküsten-Glow. Ah, die kann man direkt auf die Haut auftragen. Oder in morgens und abends mit Feuchtigkeitscreme. Mhm, okay, direkt auftragen finde ich schon wieder sehr spannend, weil die Drops, die es auch Alternativwerte geben können, die habe ich definitiv da und die machen wir nicht so viel. Die darf man nämlich nicht einfach so komplett auftragen. Das heißt, das ist definitiv hier ein Unterschied. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So ein bisschen bräune. Ich hoffe, dass ich noch im Sommer ein bisschen brauner werde, weil ihr seht, ich bin aktuell weiß wie eine Wand. Ja, hat trotzdem seinen Wert, ne? Weil die Originalgroßheit relativ teuer ist. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Von Richels haben wir was. Was ist die liebste Alina? Grüße gehen raus an dich. Möchtest du das haben? Be Kind to, also Richels of Karma. Ein Herr und Body Mist, Hungry Lotus und White Tea. Ich mag halt die Richels Düfte. Also vor allem diese Körpersprays. Auch die halten jetzt nicht ewig, aber ich mag die sehr. Und ich weiß, dass das, glaube ich, ein Duft ist, den Lina. War das der, den du mochtest, Lina? Schreib mir mal, dann schicke ich dir die mal. Genau. Ist eine kleine Größe, so eine Travel Size, aber ist mit. Nice daher. So, also dieses Produkt hatte ich jetzt schon dreimal drin. Das ist jetzt aber, also das dritte Mal, dass ich es drin habe. Diesmal aber in einer noch kleineren Größe, als ich es, glaube ich, vorher drin hatte. Es geht direkt weiter, weil ich nicht so ein Fan davon geworden bin. Das ist nämlich, ach, nächste Maske. Ah, jetzt wird es schon interessanter. Davon hatte ich nämlich das Shampoo und das hat mich nicht so überzeugt. Das war ganz komisch flüssig. Von Schwarzkopf Fibre Clinic, die 3-Bond Hydrate Technologie, eine Haarmaske für trockenes bis normales Haar. Das finde ich schon wieder spannend. 30 Milliliter. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wie gesagt, das Shampoo hatte ich in zwei verschiedenen Boxen drin. Ist bei mir durchgefallen. Brauche ich jetzt, also eins habe ich auch gebraucht. Ends habe ich jetzt, glaube ich, verschenkt oder an eine Box reingemacht. Aber Maske finde ich schon wieder spannender. Wir gucken mal kurz. Genau, kleine Größe. 30 Milliliter. Wird es wahrscheinlich eigentlich in einer größeren Größe geben. Soll den Feuchtigkeitsgehalt von trockenem, brüchigem Haar ausgleichen. Und die inneren Haarverbindungen verknüpfen. Da ist Koalant drin. Das soll helfen, die Elastizität und Geschmeidigkeit zu erhöhen. Und, ja, quasi Salon-Service-Gefühl zu machen. Für eine gepflegte Miene. Jo, schauen wir mal. So, das nächste Produkt ist von Feel Free Watermelon Aftersun. Ja, Aftersun ist immer gut mit Aloe Vera. Soothing und Refreshing mit Watermelon Sand. Finde ich gut. Ist das offen? Dann rieche ich gleich mal dran. Ne. Oh, ja, man riecht's. Doch, finde ich gut. Ich muss euch halt sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich gehe in die Drogerie. Also ein bisschen Fritzschilds, das gibt es nicht in der Drogerie. Aber so, ich habe mit Dani nämlich drüber gesprochen und die meinte, sie ist so ein bisschen enttäuscht von der Pinkbox und wird sie jetzt auch kündigen. Die hat sich aber, glaube ich, im monatlichen oder halbjährlichen Abo. Und meinte halt, es hat so ein Drogerie-Feeling. Und ja, aber man muss auch sagen, das ist auch, glaube ich, eher, was die Pinkbox halt als Orientierung tatsächlich macht. Dass es eher eine Drogerie-Box ist. Viele Sachen, die man tatsächlich nachkaufen kann. Ich weiß nicht, ob es Feel Free in der Drogerie gibt. Genau. Ist jetzt auch kein, nicht krass günstig, ne. Ein Zehner ist jetzt auch nicht gerade billig. Apresant ist im Sommer auf jeden Fall gut. So, Seven's Heaven kommt irgendwie jetzt gerade wieder. Ich hatte letztens, wo hatte ich denn auch, in welcher Box? In irgendeiner Box hatte ich nämlich auch eine Maske drin. You've got the Pink Chocolate Purifying Claymas. Ja, die geht weiter, weil Claymas sind nicht für mich. Man springt jetzt natürlich gerade auf diesem Barbie-Zug auf, weil jetzt ja mit Margaret Robbie, glaube ich, heißt sie, dieser neue Barbie-Film rauskommt, auf den ich tatsächlich sehr gespannt bin. Ja, aber Claymas ist, glaube ich, eher was für Leute, die eher zu einer ödigen oder fettigen Haut tendieren. Und weniger, oder wenn ihr halt wirklich sehr viele Unreinheiten habt. Aber so wie ich, ich habe Gott sei Dank wenig bis gar keine Unreinheiten. Und, also wenig, gar keine ist übertrieben, aber wenig. Und immerhin muss man wirklich sagen, es gab früher, hatten die echt keine schönen Produktbilder. Das ist jetzt schon mal die bessere Produktwahl. Aber, ja, ist jetzt auch nicht so was, was mich jetzt so krass mega überzeugt. Es hätten noch andere Masken drin sein können. Ich gucke gerade mal. Eine Toning Peel-Off-Mast, okay, wäre auch nichts für mich gewesen. Oder eine Cleansing Clay Mast. Ja, okay, es sind also alles Clay Masts, wäre also so oder so nichts für mich gewesen. Das letzte Produkt ist ein Deo von DORF. Ich mag DORF, DORF ist nämlich, glaube ich, tierversuchsvoll. Genau, Peter-Proved. Advanced Care Go Fresh Granatapfel und Zitronen-Verbenen-Duft. Was auch immer Zitronen-Verbenen sind. Und wisst ihr was? Ich bin so, also ich habe mich eingeliesert heute, ne? Aber ich muss gleich noch mal. Oh, der Duft ist schön. Ich mag DORF. Ich habe auch mal einen Deo. Also ich bin ja eigentlich eher Deo-Roller-Mensch. Habe ich auch regelmäßig von DORF. Also, finde ich gut. Passt für den Sommer grundsätzlich. Wir haben auch regelmäßig irgendwie DORF oder generell Deos aktuell drin, ne? Was sagen wir zu Box? Ich weiß, ich bin bei der Pinkbox immer ein bisschen... Es war ein Fehler. Das sage ich, glaube ich, auch regelmäßig, dass ich sie mir gleich im Jahresabo geholt habe. Ich hätte sie im Halbjahresabo mir vielleicht schon holen sollen. Aber gut, das Jahr ist auch schon wieder zum Dreiviertel um. Was wird nicht bei mir bleiben? Das hier, definitiv. Bei dem, wie gesagt, Alina, melde dich, wenn du das haben willst. Packe ich den in dein Geburtstagspaket. Wenn das, ich glaube, Karma war eins, ne? Das wolltest du, das machtest du, sag mal. Würde ich also sonst der Mensch auch weitergeben. Finde ich aber an sich auch gut. Und ich glaube, der Duft ist auch ganz schön gewesen. Ich rieche mal dran. Ja, der ist so ein bisschen... Der ist halt nicht so süß. Ich bin ja eher der süßliche Typ. Also ich mag von Richards die Sakura, Ayurveda und Heavy Buddha Reihe. Das ist halt eher so die bisschen herbere, nicht so süßliche Reihe. Poli Lotus und weißer Tee. Aber auch sehr, sehr schön. Auf die bin ich gespannt. Die werde ich auch wirklich mal so auf der Haut ausprobieren. Maske. Finde ich auch spannend. Ich dachte, wie gesagt, schon als ich die Farbe gesehen habe, weil das Packaging das gleiche ist, dass ich jetzt schon wieder dieses Shampoo drin habe. Dann wäre ich wirklich ausgeflippt. Ja, ihr wisst, ich bin Pflegemuffel, was das Eingreme angeht. Ich fand das übrigens so niedlich, wie viele unter meinem... Ich glaube, wirklich, das war das letzte Video, was ich vor meiner Pause hochgeladen habe, da abgegangen sind, weil ich gesagt habe, ich bin Pflegemuffel, was Eingreme angeht. Oh mein Gott, ich hätte nicht erwartet, dass da so viele drauf reagieren. Aber vielleicht creme ich mich damit ja ein bisschen mehr ein. Ich habe jetzt auch ab und an... Ich bin jeden Tag gerade im Wasser, unten am See. und muss aktuell wirklich jeden Tag danach mich auch einmal abduschen und die Haare aktuell auch jeden Tag waschen, deswegen, weil sie immer nass sind. Ich mache dann zwar manchmal nur einfach nochmal eine Spülung rein und das war's. Und wasche mir nur alle paar Tage auch wirklich auch die Kopfhaut. Aber dadurch pflege ich gerade nicht mehr, als ich es sonst machen würde, weil ich einfach merke, meine Haut brauche ist. Ja, Deo ist auch okay, aber so... Wir haben kein Make-up. Ich bin ein bisschen traurig, dass es kein Make-up gibt. Ich hätte gern Make-up. Das ist ja immer der Punkt. Ich finde, ein Make-up-Produkt sollte pro Box drin sein. Also egal bei welcher Box, ein Make-up-Produkt sollte drin sein. Ja. Dann wird hier Werbung gemacht für das Deo, für die Maske, also die Haarmaske, die liebsten Reiseziele der Pinkbox Crew, Tropical Cocktail, 50% auf die zweite Box und so weiter. Ja. Also ansonsten ist hier nicht so viel Interessantes drin. Ich habe jetzt die... Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich euch sehr empfehlen kann. Bei der Pinkbox kann man die Sachen bewerten und dann kann man Punkte sammeln. Wenn man genügend Punkte gesammelt hat, ich glaube 100 müssen es sein, bekommt man die nächste Box umsonst. Hatte ich jetzt tatsächlich gerade zusammen, ich glaube 140 sogar, sodass meine nächste Box nächsten Monat umsonst ist. Finde ich sehr gut. Aber so richtig überzeugen tun sie mich nicht. Muss ich leider sagen. Ich weiß, das hat alles seinen Wert und der Gesamtwarenwert, der wird in Ordnung sein, wie immer. Aber so richtig flashen tut sie mich nicht. Aber so ist es nun mal. Wie gesagt, erstmal geht nur das Ding hier weiter, weil halt Claymasks nichts für mich sind. Ansonsten sind Masken eigentlich schon was für mich. Ähm, ja. Ist eine solide Box, sagen wir es mal so. Joa, wie spät ist es? Ich muss gleich, ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal freuen, damit ich hier keine Videos mehr verpasse. Das würde mir aktuell sogar noch ein bisschen mehr bedeuten als sonst, denn wir müssen den Algorithmus gerade mal wieder sagen, dass ich wieder da bin nach meiner kleinen Pause. Wenn ihr den Grund für die Pause nicht mitbekommen habt, dazu habe ich auch vor kurzem erst ein Video hochgeladen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Entschuldigung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier mal meine Playlist mit den Unboxings. Hier geht es zu meinem Kanal, zum Stüppern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Vielleicht dann, wenn es nicht so warm ist wie bei mir. Man sieht das auch, meine Haare und meine Haarspitzen sind nass, weil ich schweiße. Und wir sehen uns ganz, ganz bald zum nächsten Video. Ciao, ciao!